Schon die Kleinsten haben Vertrauen zum Zahnarzt, spielerisch und mit viel Empathie kümmern wir uns um ihre Liebsten hier in Neubrandenburg. Auch mal mit den Eltern gemeinsam auf dem Stuhl, damit selbst die Kinder, die vielleicht bisher skeptisch oder ängstlich gegenüber Zahnärzten waren, nun eine neue Chance bekommen. Zähne wertschätzen und die regelmäßige und wichtige Vorsorge völlig angstfrei wahrnehmen können. Es ist uns eine Herzensangelegenheit individuell auf ihre Kinder einzugehen und wir bedanken uns ebenfalls von Herzen für die ganzen schönen Bilder, die ihr uns gemalt habt. Ganz ehrlich, dafür tun wir das alles. Ihre Zahnarztpraxis Vogtländer in Neubrandenburg Who B think your attention ist? Sie kommt auf jeder Seite. nicht auch immer ganz wichtig.